Ich habe ein 1.0 Abi gemacht, habe dann sowohl mein Bachelor als auch mein Master als Jahrgangsbester abgeschlossen und sogar noch an der Elite-Uni Cambridge studiert. IB noch möglich? Niklas, mit dem Lebenslauf würde ich sagen, ist IB tatsächlich noch sehr gut möglich. Also du könntest echt wirklich nach deinem Master dann einsteigen bei großen Investmentbanken hier in Frankfurt, in London, vielleicht sogar in New York mit dem Profil, mit Einschießgeld dazwischen, inklusive Bonus 80.000 bis 150.000, 160.000 Euro, dann da ein paar Jahre Karriere machen, dann einen sehr, sehr attraktiven, sehr guten Exit hinlegen. Also das wäre mit dem Profil auf jeden Fall sehr gut möglich.